Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ihr wisst ja, wir wollen die weiteren Gen 4 Entwicklungen machen von den neuen Sachen, die jetzt aufgetaucht sind und wir kommen jetzt mal zum Skorpion, weil der nämlich als nächstes hier in der Liste ist, den Bionz Gora und da haben wir einen weiblichen, den werden wir jetzt entwickeln. Und ihr wisst ja, ich bin immer bedacht natürlich, männlich und weiblich im Pokedex zu haben, von der Vorstufe, von der Entwicklung, damit das alles ausgefüllt ist, damit er wirklich komplett ist, 100% und ja, jetzt schauen wir mal, was aus dem Bionz Gora wurde. Ein, oh, sieht auch interessant aus auf jeden Fall, ein Pion Draghi und das ist ein weibliches und wir werden uns jetzt noch ein, genau, gleich noch ein männliches hinterher entwickeln, dass der Pokedex natürlich vollständig ist. Der Skorpion ist gar nicht so häufig, habe ich ja schon mal gesagt, noch seltener ist eigentlich nur Bronzel und noch seltener als Bronzel ist der blöde Fisch, den ich immer noch nicht habe, aber hier Pion Draghi, wunderbar, auch dabei. Boah, und er freut sich auch riesig, ne, und stellt sich auf und da nochmal von hinten. Das war's aber von der Stelle, wir kommen dann wieder mit dem nächsten Video, ich glaube, ich wollte Peace Out vorhaut vergessen. Dann sage ich's dann eben jetzt, das war's an der Stelle, Peace Out vorhaut, euer Ramses.